Sulms ist eine Stadt westlich von Wetzlar im Lahn-Dill-Kreis Hessen. In Burg Sulms stand die Stammburg des Grafen- und Fürsten-Geschlechts Sulms mit den Hauptlinien Sulms-Braunfels mit Sitz in Braunfels und Sulms-Hohen-Solms-Lich mit Sitz in Lich. Geografie Sulms liegt direkt im Lahntal und ist eingebettet zwischen den Mittelgebirgsausläufern Taunus und Westerwald mit Höhen zwischen 140 und 400 Meter, über in N. Da die Lahn die geografische Grenze zwischen Taunus und Westerwald bildet, liegen Teile von Sulms im Taunus, andere Teile im Westerwald. Sulms grenzt im Norden an die Gemeinde Ehringshausen und die Stadt Asla im Osten an die Stadt Wetzlar, im Süden an die Gemeinde Schöfengrund und die Stadt Braunfels sowie im Westen an die Stadt Leun. Sie besteht aus folgenden Stadtteilen. Alpshausen, Burg Sulms, Niederbiel, Oberbiel, Oberndorf Geschichte Erste urkundliche Erwähnung erfolgte im Jahr 788 in einer Schenkungsurkunde des Klosters Loesch. Die Dörfer, die heute die Stadt Sulms bilden, gehörten über Jahrhunderte zur Grafschaft Sulms bis zu deren Auflösung im Jahre 1806. Nach einem kurzen nassauischen Zwischenspiel kamen sie 1815 zu Preußen. Im Zuge der hessischen Gebietsreform schlossen sich am 1. Juli 1971 die Gemeinden Alpshausen und Oberbiel freiwillig zu Bielhausen sowie Burg Sulms und Oberndorf zu Sulms zusammen. Durch Landesgesetz wurden diese beiden neuen Gemeinden mit Niederbiel am 1. Januar 1977 zur neuen Gesamtgemeinde Sulms vereinigt, die am 11. April 1978 das Stadtrecht verliehen bekam. 1803 wurde das Kloster Altenberg säkularisiert, die H. verweltlicht und den Fürsten zu Sulms Braunfels als Entschädigung zugesprochen. Die Klosterkirche wurde von nun an unter fürstlichem Patronat von der evangelischen Kirchengemeinde Oberbiel genutzt. Sulms Braunfels verlor seine Besitzungen in Elsass-Lothringen an Frankreich. 1806 kam das Fürstentum Sulms Braunfels mit den Ämtern Braunfels und Greifenstein an das Herzogtum Nassau, bereits 1815 wiederum an das Königreich Preußen. Der Fürst behielt allerdings einige seiner standesgemäßen Rechte. Zusammen mit der ehemaligen Reichsstadt Wetzlar bildete man eine Enklave der preußischen Rheinprovinz. Nach einer wirtschaftlichen Blütezeit seit den 1860ern, führte in den 1920er Jahren eine schwere Wirtschaftskrise zum Untergang mehrerer Bergwerke und Unternehmen. Unter anderem wurde die erst knappe 20 Jahre zuvor in Betrieb genommene Georgshütte in Burg Sulms wieder abgerissen. Siehe auch Liste von Bergwerken im Landilgebiet Politik Die Kommunalwahl am 27. März 2011 lieferte folgendes Ergebnis. Bürgermeister Frank Indertal ist seit dem 1. August 2010 im Amt. Er wurde am 28. Februar 2010 zum Bürgermeister der Stadt Sulms gewählt. Er erhielt 64,6% der Stimmen. Auf den Amtsinhaber Jörg Ludwig empfielen 35,4% der Stimmen. Ludwig war seit 1992 im Amt. Seit 2002 besteht der Jugendrat der Stadt Sulms als offizielles Gremium der Stadt. Er vertritt die Interessen und Belange der Sulmser Jugendlichen vor den Politikern. Er wird alle zwei Jahre von den Kindern und Jugendlichen, die in Sulms wohnen oder die Gesamtschule in Sulms besuchen, gewählt. Die Stadt Sulms unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu Lietzen in Österreich, La Grande Cumbe in Frankreich und Schmiedefeld am Rennsteig in Thüringen. Blasonierung Der blaue Löwe auf goldenem Grund ist das Wappen der Grafen von Sulms. Schlegel und Eisen symbolisieren die alte Bergmannstradition der Stadtteile. Hierbei stehen die Farben Rot und Silber für das Kloster Leuch, in dessen Besitz die Gemeinde Oberndorf im 8. Jahrhundert gewesen ist. Das Stadt Wappen ist ursprünglich das Wappen der Gemeinde Oberndorf. Wirtschaft und Infrastruktur Vor allem im Sulmser Gewerbepark haben Firmen aus der Metallverarbeitung, dem Maschinenbau, Baugewerbe sowie Handel ihren Sitz. Der Geschäftsbereich Umwelt, Energie und Abfallwirtschaft des griechischen Konzerns Laktor hat seinen Sitz in Sulms. In Sulms gibt es eine Anzahl von Bootsvermietern sowie einen naturbelassenen Zeltplatz direkt an der Lahn mit einem Freizeitcamp und einem kleinen Tippidorf. Sulms ist über die Bundesstraße 49 zu erreichen. Es existiert sowohl eine Anschlussstelle in Oberbiel als auch eine für die restliche Stadt. An den Schienenverkehr ist die Stadt mit einem Bahnhof in Alpshausen und einem Haltepunkt in Burg Sulms angeschlossen. Früher zweigte hinter dem Bahnhof Alpshausen die Sulmsbachtallbahn in Richtung Greven-Wiesbach ab. An ihr lagen auf Sulmser Gemarkung der Haltepunkt Burg Sulmsoberndorf und der Bahnhof Braunfelsoberndorf. Die Strecke wurde für den Personenverkehr bereits 1985 stillgelegt. 1988 wurde dann auch der Güterverkehr eingestellt. Die Bahnstrecke wurde weitestgehend abgebaut. Der Bahndamm ist immer noch gut erkennbar. Die Tageszeitung für Sulms ist die Sulmsbraunfelser der Zeitungsgruppe Landl. Sie ist die Regionalausgabe der Wetzlarer Neuen Zeitung. Zudem lässt die Stadt Sulms wöchentlich die Sulmser Nachrichten durch den Linus Wittich Verlag ausgeben. Kultur und Sehenswürdigkeiten Sie erlistet der Naturdenkmäler in Sulms Kloster Altenberg Grablege der Seligen Gertrud, Tochter der HL, Elisabeth, Besucherbergberg, Grube Fortuna, Mitfeld- und Grubenbahnmuseum, 1000-jährige Eichen unter den Eichen, jüdischer Friedhof, Richtstätte an der Straße zwischen Oberndorf und Alpshausen von 1750 seltenes hessisches Rechtsmal, Volkssternwarte. Das im Sulmser Stadtteil Burg Sulms befindliche Museum besteht aus zwei Teilen. Im Heimatmuseum wird das Leben der Sulmser um 1900 dargestellt. Verschiedene Ausstellungen und Vorträge zu lokalhistorischen bzw. vereinsgeschichtlichen Themen runden das Angebot ab. Das Heimatmuseum ist im Büro der ehemaligen Hollmann-Werke untergebracht. Besonderes Stück Eine steinerne Kanonenkugel, die vermutlich von der Belagerung und Zerstörung der Burg Sulms im Jahre 1384 stammt. In der Hollmann-Halle befindet sich das Industriemuseum. Neben den landwirtschaftlichen Geräten, die die F.H. Hollmann hier seit den 1880ern herstellte, werden Z.T. funktionierende Dampf- und Drahtziehmaschinen gezeigt. Ebenso geht man auf die Eisenverhüttung sowie auf die Verarbeitung von Feldfrüchten ein. Besonderes Stück Eine funktionierende Mühle aus dem Siebenmühlenteil sowie eine Nagelstanze aus der Oberndorfer Hütte. Untertitelung des ZDF-Besensher